Herzlich willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Wir sind das TBC-Team und bringen euch heute brandaktuelle Neuigkeiten aus der Kryptowelt. Welche Kryptoprognosen die bekanntesten Analysten für 2022 abgegeben haben, warum ReadyPlayMe zum neuen Highlight im Metaverse-Hype werden könnte und zu guter Letzt berichten wir über die Regierungen, die Krypto besonders fördern. Vielleicht will der ein oder andere von euch demnächst umziehen? Bevor es losgeht, hinterlasst uns einen Kommentar für den Algorithmus. Gebt uns heute eine Prognose, welcher Altcoin wird sich bis Ende 2022 mindestens verzehnfachen. Starten wir nun mit den Neuigkeiten von Aircane Research und deren Kryptoprognose für 2022. Das Forschungsunternehmen hat zahlreiche Vorhersagen über Kryptowährungen im Jahr 2022 gemacht. Diese betreffen den Preis, die Regulierung, die Hashrate von Bitcoin und sogar das Schicksal von XRP und Cardano. Die bekannten Blockchain-Analysten haben in ihrem Jahresabschlussbericht für 2021 einen Blick auf das vergangene Jahr geworfen und Prognosen für die Kryptomärkte im Jahr 2022 abgegeben. Der Bericht The Weekly Update von Aircane konzentriert sich auf Bitcoin und Ether. Es geht aber auch um andere wichtige Coins. Dezentralisierte Finanzen, Mimicoins, NFTs, Derivate und andere. Aircane hat zu jedem im Bericht behandelten Themen eine Vorhersage für das Jahr 2022 abgegeben. Vorhersage Nummer 1. Bitcoin wird den S&P 500 im Jahr 2022 übertreffen. Der Bericht stellt fest, dass Bitcoin bis 2021 den S&P 500 Index übertroffen hat. Bitcoin ist in diesem Jahr um 73% gestiegen, während der S&P 500 um 28% gestiegen ist. Aircane glaubt, dass Bitcoin diese Performance im nächsten Jahr fortsetzen wird. Der Benchmark-Index S&P 500 umfasst die 500 größten Unternehmen, die an amerikanischen Börsen gelistet sind. Vorhersage Nummer 2. XRP und Cardano werden aus den Top 10 herausfallen. Aircane verwies auf die enormen Zuwächse von Binance Coin in diesem Jahr. Diese erreichten im Mai einen Höchststand von etwa 1.600%. Das Jahr wird mit einem Plus von 1.344% abgeschlossen. Aufgrund des Wachstums der Marktkapitalisierung von Altcoins wie Solana und Terra gemixt mit dem NFT-Wahn, tippten die Analysten darauf, dass XRP und Cardano die Top 10-Liste verlassen werden. Vorhersage Nummer 3. Alternative Blockchains werden Ethereum weiterhin überflügeln. Während ESA in diesem Jahr mit einem Zuwachs von 455% besser Abschnitt als Bitcoin, übertrafen andere Layer-One-Blockchain Ethereum deutlich. Layer-One bezieht sich auf eigenständige Blockchains, das heißt auf der untersten technologischen Schicht. Terra Luna ist bis Ende 2021 um 14.000% gestiegen. Phantom um knapp 13.000. Vorhersage Nummer 4. Traditionelle Gaming-Unternehmen werden zunehmend NFTs integrieren. Dieses Jahr in der Kryptowelt kann zu einem kleinen Teil durch den massiven Verkauf von NFTs definiert werden. Und Blockchain-Spiele wie Splendorlands und Alienworld haben laut Depradar rund 520.000 tägliche aktive Nutzer. Er came prognostiziert, dass im Jahr 2022 traditionelle Spielerhersteller in den NFT-Bereich einsteigen und von dem aufblühenden Markt profitieren werden. Vorhersage Nummer 5. Noch mehr Kryptowährungsunternehmen werden an die Börse gehen. Einige werden Bewertungen von mehr als 5 Milliarden Dollar erhalten. In diesem Jahr gingen Coinbase am 14. April an die Börse und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 58 Milliarden US-Dollar. Die fünf größten Kryptowährungsunternehmen, deren Börsengang für 2022 geplant ist, werden derzeit alle mit über eine Milliarde Dollar bewertet. Erkane glaubt, dass es eine Reihe weiterer Unternehmen gibt, die damit mehr als 5 Milliarden Dollar bewertet werden. Ein Beispiel ist die Kryptobörse Bullish, die derzeit mit 9 Milliarden Dollar bewertet wird. Vorhersage Nummer 6. Bitcoin-ETFs werden bis Ende 2022 mehr als eine Million BTC halten. Im Jahr 2021 wurden mehrere börsengehandelte Bitcoin-Future-Fonds aufgelegt. Sie halten derzeit zusammen etwa 850.000 Bitcoin. Die Analysten sagen voraus, dass sich dieses Wachstum im Jahr 2022 fortsetzen wird. Vorhersage Nummer 7. Die Hashrate wird noch stärker geografisch verteilt. Als China das Bitcoin-Mining-Verbot sank die globale Bitcoin-Hashrate rapide ab. Sie erholte sich dann fast ebenso plötzlich. Jetzt führen die Vereinigten Staaten von Amerika die Hashrate weltweit an. Kasachstan und Russland folgen auf den Plätzen 2 und 3. Erkane glaubt, dass sich die Miner noch weiter in Regionen wie Lateinamerika ausbreiten werden. Nach dieser Welle an Prognosen für 2020 geht es weiter mit den Neuigkeiten zu Ready Play Me. Dieses Projekt sammelte kürzlich 13 Millionen Dollar für die Erweiterung ihrer Metaverse-Plattform ein. Die dreidimensionale Avatar-Plattform will die digitale Präsenz im Metaverse bis Ende 2022 ausbauen. Die Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen US-Dollar wurde kürzlich bekannt gegeben. Als Investoren sind einige interessante Namen an Bord, zum Beispiel die Gründer von Wise, Teleport, GuideHub sowie Samsung Next, um nur einige zu nennen. Die Plattform beabsichtigt, das Kapital zu nutzen, um die Interoperabilität zwischen Metaverse-Welten voranzutreiben. Es ist sozusagen der Versuch, Schnittstellen zwischen mehreren Metaverse-Welten herzustellen. Das steht im Gegensatz zu Meta, früher bekannt als Facebook. Denn der Konzern versucht, das Metaverse an sich zu reißen bzw. zu monopolisieren. Darüber hinaus wird Ready Play Me seine Belegschaft auf über 70 Mitarbeiter erweitern. Die Entwicklergemeinschaft soll mit der Einführung neuer Anwendungsprogrammschnittsnellen und Software-Entwicklungskits unterstützt werden. Damit wird das Produktangebot und auch die Benutzererfahrung verbessert. Heute wird das Avatar-Modell von Ready Play Me von mehr als 1000 Unternehmen und Organisationen genutzt. Auch bekannte Telekom-Anbieter wie Verizon in den USA sind bereits Partner. Darüber hinaus wird die Plattform-Verträge mit renommierten Marken wie Warner Brothers, Dior und New Balance geschlossen. Der CEO Timo Töcke erklärte, Und zu den letzten News für dieses Video. Krypto schrieb 2021 Geschichte. Hier sind fünf Beispiele für Regierungen, die sich für digitale Vermögenswerte einsetzen. Während 2021 sicherlich einige regulatorische Rückschläge zu verzeichnen waren, lieferten einige Regierungen Meisterleistungen in Sachen zukunftsweisender Krypto-Regulierung. El Salvador Das erste Land der Welt, das Bitcoin als gesetzliche Zahlungsmittel einführt. Die Republik El Salvador, die kleinste Nation Zentralamerikas, hat am 7. September 2021 Bitcoin offiziell als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Es ist damit das erste Land der Welt. Am Tag der offiziellen Einführung von Bitcoin in El Salvador wurde der Bitcoin bei etwa 47.000 US-Dollar gehandelt. Die Vereinigten Arabischen Emirate Die neue Heimat von CZ Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich als eines der kryptofreundlichsten Länder im Jahr 2021 erwiesen. Die Behörden in der Hauptstadt Dubai haben ihre Bemühungen um die Entwicklung der Krypto-Industrie intensiviert. Deswegen hat der Gründer von Binance, CZ, sich dort niedergelassen. Im Januar 2021 kündigte die Finanzbehörde Dubais Pläne zur Schaffung einer umfassenden Krypto-Regulierung an. In der Folge wurden mehrere Genehmigungen für Krypto-Produkte erteilt, darunter zum Beispiel Bitcoin-Fonds. Dubai hat zudem an Vorschriften für Wertpapier und Derivat-Tokens gearbeitet. Kanada gewinnt das Global Bitcoin ETF-Rennen Kanada hat sich einen Platz auf der Liste der kryptofreundlichsten Länder des Jahres 2021 verdient. Die wichtigste Wertpapieraufsichtsbehörde hat Anfang des Jahres den Stab des weltweit ersten physisch abgewickelten Bitcoin ETFs genehmigt. Singapur Krypto ist eine Investition in die Zukunft, sagt die Regierung. Singapur war im Jahr 2021 eines der weltweit größten Zentren für Kryptowährungsbörsen und Blockchain-Unternehmen, da die Behörden des Landes viel getan haben, um die Branche zu fördern. Gibraltar Das ist das neue Ziel für die bekannteste Börse Yehubi, nachdem sie China verlassen musste. Gibraltar, ein britisches Überseegebiet und eins der kleinsten Länder der Welt, hat sich im Jahr 2021 zu einem attraktiven Standort für Kryptowährungen entwickelt. Im November begrüßte Gibraltar die Kryptowährungsbörse Bullish, die vom Entwickler des EOS-Protokolls ins Leben gerufen wurde. Und nun eine europäische Zugabe, Lichtenstein. Die pro Kopf reichste Nation der Welt war laut einem PVC-Bericht im Jahr 2021 das zweite Jahr in Folge das Land mit einem der umfassendsten Steuerpolitik für Kryptowährungen. Australien und Malta belegten den zweiten Platz, gefolgt von Deutschland. Wir recherchieren den ganzen Tag für euch, um die wichtigsten News, Trends und Analysen zu finden und euch auf dem neuesten Stand zu halten. Näheres findet ihr im Link zu unserer Akademie unter diesem Video. Wenn ihr in Kryptowährungen investieren möchtet, schaut unbedingt das ganze Video an, um alle Hintergrundinfos zu erfahren und gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal. Wir halten fest, Arcane Research hat interessante Prognosen für das Jahr 2022 abgegeben. Wohl am spannendsten ist die Vermutung, dass XRP und Cardano Ende 2020 nicht mehr in den Top Ten der größten Kryptowährungen sein werden. Unsere zweite Meldung des Tages beleuchtete ReadyPlayMe und deren Ziel, Avatare in den Metaverses übergreifend nutzbar zu machen. Zuletzt haben wir über die Länder berichtet, die kryptofreundlich sind und es auch in Zukunft wohl bleiben werden. Von El Salvador bis Lichtenstein umspannen kryptofreundliche Gesetze bereits Teile der ganzen Welt. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, hinterlasst uns einen Kommentar.